Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode über das Thema Umschrift im Thai. Wenn wir als Einsteiger Thai lernen, lernen wir oft mit einer Umschrift, also mit lateinischen Buchstaben, welche eben eine Annäherung bieten an das Thailändische. Ich wurde in letzter Zeit ein paar Mal, ich könnte sagen fast schon angegangen, da ich offenbar eine falsche Umschrift verwenden würde. Ich möchte hier mal eine kleine Aufklärung bieten am Beispiel von zwei häufigen Buchstaben im Thai. Zum einen bau-bla, bau-bla und gau-gai, gau-gai, zwei unbehauchte Konsonanten der mittleren Konsonantengruppe. Nehmen wir den ersten bau-bla, da sehen wir Umschriften, also Abbildungen von lateinischen Buchstaben für eben genau dieses Wort, diese Äußerung bau-bla, die folgendermaßen aussehen können. Entweder so bau-bla, bau-bla oder auch bau-bla. Ah, hier drei Beispiele von drei verschiedenen Umschriften. Beim Buchstaben gau-gai, gau-gai, der unten steht, finden wir Umschriften wie zum Beispiel gau-gai oder gau-gai. Das als zwei mögliche Beispiele. Nun, in beiden Fällen verwende ich in meinen Kursen die obere Version der Umschrift. Ich werde dann oft angegangen, hier das würde man falsch aussprechen, aber hierzu komme ich gleich. Weshalb verwende ich diese Umschrift in den blauen Kästchen? Wir müssen im Thai, und das ist ganz, ganz wichtig und sehe ich sehr, sehr selten eben so betont, unterscheiden zwischen behauchten und unbehauchten Konsonanten bzw. Silben. Und um diese Unterscheidung ganz klar und zudem einheitlich zu machen, habe ich mich dazu entschieden und wird auch oft so in internationalen Lautschriften verwendet, dass ich eben ohne den Buchstaben h die unbehauchte Version habe und mit dem Buchstaben h die behauchte Version. Wir sehen also hier drei Paare und p, also einmal ohne zusätzliche Luft und einmal mit zusätzlicher Luft ausgesprochen. Wir sehen das eben im Beispiel, bo-bla, ist die unbehauchte Version. Wäre es die behauchte Version mit p, h geschrieben, würden wir po-bla lesen. Dasselbe gilt mit ga und ka, ga, ka, ga, ka und dann auch da, ta, da, ta, immer einmal unbehaucht, einmal behaucht. Jetzt höre ich eben die Kritik, dass wir im Deutschen, wenn wir den Buchstaben p, also ohne das h haben, dass wir eben dann lesen po, po-bla und somit falsch aussprechen. Ist mir klar, im Deutschen wird p als p, als behauchte Version gelesen, da wir im Deutschen eben keine unbehauchte, harte p-Aussprache haben. Aus diesem Grund gibt es eben für jede Lautschrift, was auch nötig ist, eine sogenannte Einführung, wo eben darauf hingewiesen wird, wie ein Buchstaben auszusprechen ist. Ba ist also hier p und a ausgesprochen, bo-bla und unten genau dasselbe ga, ga, ga. Ich sage nicht, dass andere Umschriften falsch sind, ich habe mich einfach hierzu für diese Version entschieden, da sie einerseits am nächsten beim internationalen Standard ist und man somit, wenn man mal ein System, ein Lernsystem wechselt, eben nicht komplett überfordert ist, sondern dass das ziemlich ähnlich ist und andererseits eben um diese stringente Unterscheidung zwischen Behauchung oder eben nicht behauchten Silben machen zu können. Schauen wir im Detail mal ein paar Beispiele an. Für den Buchstaben b, bla, in welchen Wörtern kommt der vor? Der kommt zum Beispiel hier vor. Im Wort bla, lustigerweise, ne? Bla, bla, also nicht bla, sondern eben bla. Hart gesprochen, aber nicht behaucht. Das lernst du im Kurs, wenn du dich wirklich für teintressierst. Ich habe dann eben in unseren Kursen, gibt es diese Umschrift, bla, bla. Und ein Deutschsprachiger könnte jetzt sagen, oh, das ist falsch, weil man spricht das ja, bla, wenn man das liest. Wir Deutschen lesen das, bla, ist falsch, deshalb. Aber wenn du eben mitlernst, dass wir bei einem Buchstaben, der hart ist, ohne das zusätzliche H geschrieben, in lateinischer Schrift dazu noch, eben unbehaucht aussprechen, also bla, dann ist das ganz logisch, dass das eben nicht zwingend falsch sein muss. Hingegen eine Umschrift, wie sie hier gemacht wird, zum Beispiel, indem wir noch ein weiches B vorne heransetzen, können wir sagen, gut, dann repräsentiert eben B und P zusammen bla, bla, eine unbehauchte Silbe. Kann auch so verwendet werden, ist aber ein bisschen umständlich. Und weshalb sollte bla als bla gelesen werden und nicht bla, bla oder irgendwie sowas? Muss man auch zuerst lernen. Deshalb jede Umschrift, nicht nur meine, sondern jede Umschrift braucht eine Einführung. Bla bedeutet übrigens, wie du im Bild bereits sehen kannst, der Fisch, auf Deutsch. Somit hast du bereits hier auch jetzt eine Vokabel gelernt. Dann haben wir ein weiteres Beispiel. Bang, bang, bang. Vielleicht hörst du bereits raus, ebenfalls unbehaucht. Bang, bang. Im fallenden Ton. Deshalb das blaue Tonzeichen aufgesetzt. Und hier zum Schluss kommt eben noch diese Verbindung, ein Mix aus N und G. Wir könnten auch N, G hin dazuschreiben. Also bang, ng, ng, ng wird in anderen Lautschriften auch gemacht. Zum Beispiel hier. Wiederum, um eben die unbehauchte und doch harte Aussprache darzustellen. Bang, bang. Diesmal ohne Lautzeichen, also ohne Tonzeichen drauf. Bang, eben mit N, G am Schluss. Ob jetzt dieses N-Zeichen oder N, G genommen wird, da sehe ich keinen großen Unterschied. Aber eben bang, bang, bang. Oder bang, wenn man einfach weiß, dass ohne P, also ohne H ausgesprochen wird. Bang, bang heißt übrigens, dass Pulver oder auch das Mehl auf Thai. Bang. Die Thais oft streichen sich Mehl ins Gesicht, um die Haut feiner zu machen und teilweise eben auch, vielleicht um ein bisschen Sonnenstrahlen abzuschirmen oder auch ein bisschen hellhäutiger auszusehen, was sie ja gerne tun. Bang, das Mehl. Ein drittes Beispiel könnte sein das Wort BIT. Ich würde das jetzt so umschreiben. I, T, BIT, 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 im tiefen Ton, BIT. Und als, wenn man jetzt das zum ersten Mal sieht und eben deutscher Muttersprache weiß, dann liest man vielleicht PIT, PIT, PIT. Und das wäre dann eben PIT, also falsch. PIT heißt eben falsch und BIT heißt schließen, wie du gleich sehen wirst. Hier die andere Schreibweise, die möglich wäre und man sieht hier eben auch den Nachteil, wird jetzt langsam kompliziert, weil wir BP haben am Anfang, um PIT zu repräsentieren und zum Schluss DT, um einen unbehauchten, aber doch harten D, PIT zu repräsentieren. Das also BIT. Und wieso soll jetzt das eine oder das andere besser sein? Man muss sich einfach mit dem System auskennen. Ich könnte, wenn ich das erste Mal die zweite Repräsentation sehe, würde ich vielleicht auch lesen PIT, 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 PIPI, PIT. Das ist ein richtiger Zungenbrecher, könnte man sagen. Wie gesagt, was immer du gewohnt bist, ist wahrscheinlich am besten für dich. Aber PIT, also die erste Variante, ist nicht falsch. Wie gesagt, PIT bedeutet schließen. PIT, unbehaucht. Und PIT, PIT, behaucht, wäre dann eben falsch, als Übersetzung. Kleine Klammer, die jetzt geschlossen ist. Ein viertes Beispiel. BIT, 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 bedeutet öffnen. BIT, hier die Repräsentation, die du in unseren Kursen findest. Und eben die andere Möglichkeit wäre dann mit BP und zum Schluss wiederum DT. Wir sehen jetzt hier eben auch den Nachteil, der eine andere Umschrift unter Umständen mit sich bringen kann. Durch diese Verlängerung der Doppelkonsonanten, die da hintereinander gereiht werden, wird das Ganze einfach länger. Länger und vielleicht auch etwas komplizierter zu lesen. BRT, BRT, also öffnen. Wir haben also BIT, schließen und BRT, öffnen. Jetzt hast du bereits zwei Begriffe, die du anwenden kannst, um zu fragen, ob zum Beispiel ein Geschäft, ein Laden, ein Restaurant geöffnet ist oder eben bereits geschlossen. BIT, MAI, ist es geschlossen. BRT, MAI, ist es offen? Oder habt ihr geöffnet, habt ihr geschlossen? BIT, BRT. Supi. Hier also wie gesagt gleichgestellt, welche Umschrift man verwendet. Einfach nochmal als Wiederholung. Eine Umschrift braucht in jedem Fall eine Einführung, wie du diese aussprechen solltest, um eben das Thai genau auszusprechen. Dann kommen wir zum zweiten Beispiel. GAGAI, GAGAI. Auch hier wurde ich angegangen, weshalb ich hier ein K verwende für GA, weil das ja offenbar kein K ist. Natürlich einerseits kommt das aus der Gegenüberstellung, behaucht, unbehaucht. Behaucht also K und H und unbehaucht eben K ohne H. Also einmal K und einmal K. Beispiel. GAI, GAI, GAI. Da habe ich in meinen Kursen die Umschrift so. K, A, I. Und ein Strich nach unten, also ein tiefer Ton. Und jetzt eben nicht KAI gelesen. Also nicht behaucht, nicht KAI. Sondern eben unbehaucht. GAI, GAI, GAI. Und andere Lautschriften oder Umschriften verwenden zum Beispiel das hier. GAI, um eben die unbehauchte Version da mit reinzubringen. Wenn ich das jetzt aber lese, dann lese ich GAI. GAI. Und GAI ist falsch. GAI ist nicht dasselbe wie GAI. Wir müssen hier den K hart sprechen. Also kein G. Es ist nicht GAI, GAGAI. GAGAI. Wenn du andere Wörter dann noch wählst mit diesem G, dann wird es noch unverständlicher. Also GAGAI. Der Hahn, wie du siehst im Bild. Ein weiteres Beispiel. GIN, GIN, GIN. GIN, so geschrieben in meinen Kursen. GIN, GIN, GIN. Eine andere Umschrift könnte so sein. GIN, GIN. Dann sagst du GIN, POMGIN, POMGINAHAN. Versteht niemand? POMGINAHAN. So, richtig ausgesprochen. GIN mit einem harten K. GIN ist einfach falsch hier, muss man sagen. Außer eben, du lernst mit der Umschrift mit, dass dieses G eben nicht als G gesprochen wird, sondern als K. Dann ist wieder richtig. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich noch einmal, jede Umschrift braucht eine Einführung, eine Einleitung. Am besten würde man natürlich gar keine Umschrift verwenden und direkt mit TAI anfangen. Aber am Anfang sehe ich doch, dass es hilfreich ist, wenn wir einige Dinge eben umschreiben können. Gut, GIN bedeutet Essen. Wie gesagt, POMGINAHAN. Ich esse eine Speise. Dann haben wir GÄNG. 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 Umschrift in meinen Kursen. So gewählt wiederum mit dem NG als verbundener Konsonant. NG, NG zum Schluss. GÄNG. Und hier ebenfalls nicht KÄNG. Also nicht mit H. KÄNG, sondern GÄNG. GÄNG, GÄNG. Die andere Umschrift würde jetzt hier schreiben GÄNG, GÄNG, GÄNG. Und eben weich gesprochen falsch. Also GÄNG. Gut. Bedeutet das Curry im Thai. GÄNG, DÄNG, das rote Curry. GÄNG, KIO WAN, das grüne Curry. Und so weiter. Dann haben wir dieses Wort. Kennst du bereits wahrscheinlich, wenn du dich ein bisschen mit Thai befasst hast. Ich lese mal vor im fallenden Ton. GÄNG, GÄNG, GÄNG. So umschrieben. GÄNG, wiederum NG, 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 NG zum Schluss. Und am Anfang ein unbehauchter, harter GÄNG. GÄNG, GÄNG, GÄNG. Genau. Die andere Umschrift würde das so umschreiben. GÄNG. Oder ebenfalls, wenn du eben weißt, wie dieses G ausgesprochen werden muss. GÄNG, GÄNG. GÄNG, eben hart ausgesprochen. Aber nicht GÄNG. Bedeutet die Garnähle. GÄNG, 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 GÄNG. Hast du gerne oder isst du gerne Garnählen? GÄNG. Genau. Das also die zwei Beispiele. Einmal BÄBÄBÄ und GÄGÄI. Wie eben eine Umschrift aussehen kann, warum es verschiedene Umschriftsrepräsentationen oder Umschriftssysteme gibt. Und eben die dem Deutschen angepasste Version mit dem G hier auf dem Bildschirm ist eben auch nicht ganz korrekt, wenn man das ohne Einleitung einfach so liest. Du kannst jede x-beliebige Umschrift nehmen, die es gibt. Wenn du nicht weißt, wie du die einzelnen Laute aussprechen musst, um eben dem Thai nahe zu kommen, dann wird automatisch eben eine Aussprache falsch gemacht. Ich habe hierzu auch noch ein Video gemacht, ein zweites Video zur Umschrift, wo du eben siehst, wenn man das Ganze mal in der Perspektive umkehrt, wenn also ein Thai-Lerner, eine Thai-Länderin Deutsch lernt und eben mit dem Wörterbuch arbeitet, wo in Thai-Umschrift eben das Deutsche repräsentiert wird, wie dann sich das anhört für uns als Deutschsprechende. Und da sieht man dann auch, dass man eben einige Wörter kaum versteht. Super! Falls du dich mehr für Thai interessierst, dann buch doch einen unserer Kurse. Am besten gleich mit den Grundlagen beginnen. Thai-Grundlagen A1. Weil... Vielen Dank fürs Liken und fürs Subscriben. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald in einem unserer Superkurse auf www.onlinetai.com Sawadee Krab!